Das Fermi-Paradoxon und seine Anwendung in der modernen Astronomie Das Fermi-Paradoxon, benannt nach dem Physiker Enrico Fermi, beschäftigt die Menschheit seit langem. Warum haben wir bis heute keine Beweise für die Existenz fremder Zivilisationen im Universum gefunden, obwohl die Wahrscheinlichkeit groß sein müsste, dass es viele von ihnen gibt? Diese Frage ist bis heute nicht befriedigend beantwortet und Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Debatten. In diesem Aufsatz werden wir uns mit dem Fermi-Paradoxon beschäftigen und untersuchen. Wie es in der heutigen Astronomie genutzt wird, um das Universum besser zu verstehen, das Paradoxon wurde erstmals 1950 von dem Physiker Enrico Fermi aufgeworfen und hat seither zu einer intensiven Debatte und Forschung in der Astronomie geführt. Das Paradoxon stellt nach wie vor eine große Herausforderung für die Wissenschaft dar und dient als Ausgangspunkt für die Suche nach außerirdischem Leben im Universum. Es entstand aus einem informellen Gespräch mit Kollegen während einer Mittagspause. Fermi stellte die Frage, wo sind sie, und meinte damit, dass es unwahrscheinlich ist, dass es im Universum keine anderen intelligenten Lebensformen gibt, wenn man bedenkt, wie groß es ist. Dennoch haben wir bis heute keine Beweise dafür gefunden. In den letzten Jahrzehnten hat die Entwicklung neuer Technologien und Methoden, wie zum Beispiel die Entdeckung von Exoplaneten, das Fermi-Paradoxon wieder in den Vordergrund gerückt und die wissenschaftliche Diskussion neu belebt. Im Folgenden werden die drei Haupttheorien des Paradoxons vorgestellt. Die Theorie der technischen Hürde Die Theorie der technischen Hürde besagt, dass es für außerirdische Zivilisationen technische Herausforderungen gibt, die sie überwinden müssen, um ihre Präsenz bekannt zu machen. Dies kann ein Hindernis für die Kommunikation oder für Reisen zu anderen Sternensystemen darstellen. Es wird argumentiert, dass viele Zivilisationen an solchen Herausforderungen scheitern könnten und daher nicht in der Lage sind, sich uns bekannt zu machen. Seltene Erde-Hypothese Die seltene Erde-Hypothese besagt, dass das Leben auf der Erde einzigartig und selten ist und dass daher auch außerirdisches intelligentes Leben selten ist. Die Hypothese basiert auf der Annahme, dass bestimmte Faktoren wie die Entstehung eines stabilen Planeten mit einem Schutzfeld gegen Strahlung, die Entstehung von Leben und die Entwicklung intelligenter Lebensformen selten sind. Abschreckungstheorie Die Abschreckungstheorie besagt, dass außerirdische Zivilisationen bewusst unsichtbar bleiben, um nicht aufzufallen. Dies kann aus Angst vor möglichen Bedrohungen oder Konflikten mit uns geschehen. Es wird argumentiert, dass viele Zivilisationen beschlossen haben könnten, ihre Präsenz geheim zu halten, um sich vor möglichen Konflikten und Bedrohungen zu schützen. Jede Theorie hat mögliche Konsequenzen für unser Verständnis des Universums und des Lebens im Weltraum und bietet eine andere Perspektive auf das Fermi-Paradoxon und ermöglicht es uns, unser Verständnis des Universums zu erweitern. Das Fermi-Paradoxon spielt in der heutigen Astronomie eine wichtige Rolle. Es dient als Leitfaden für die aktuelle Forschung bei der Suche nach exoplanetaren Zivilisationen, der Entdeckung von SETI-Signalen und der Untersuchung der planetaren Heterogenität. Es ist auch ein wichtiger Indikator für die Bedeutung und Relevanz der Astronomie als Wissenschaft und für ihren Fortschritt in der Zukunft. Sie treibt die Astronomen auch dazu an, ständig nach neuen Wegen zu suchen, um das Paradoxon zu lösen und unser Verständnis des Universums zu erweitern. Verwendung des Paradoxons bei der Suche nach exoplanetaren Zivilisationen, das Fermi-Paradoxon wird häufig als Rahmen verwendet, um die Existenz extraterrestrischer Zivilisationen zu untersuchen. Es hilft dabei, die Anzahl intelligenter Spezies im Universum abzuschätzen und die Möglichkeit eines Kontakts zu berechnen. Astronomen verwenden es, um zu überlegen, warum wir noch keine Beweise für eine solche Zivilisation gefunden haben, und um mögliche Faktoren zu identifizieren, die eine Entdeckung verhindern könnten. Anwendung des Paradoxons bei der Suche nach SETI-Signalen. Das Fermi-Paradoxon spielt auch bei der Suche nach SETI-Signalen, Search for Extraterrestrial Intelligence, eine wichtige Rolle. Wissenschaftler nutzen es, um ihre Annahmen über die Anzahl möglicher Signale intelligenter Spezies im Universum zu überprüfen und um die Wahrscheinlichkeit ihrer Entdeckung abzuschätzen. Wenn SETI-Signale gefunden werden, kann das Fermi-Paradoxon helfen, die Bedeutung dieser Entdeckungen besser zu verstehen und zu interpretieren. Anwendung des Paradoxons bei der Untersuchung der Planetenstabilität. Das Fermi-Paradoxon spielt auch eine Rolle bei der Untersuchung der Planetenstabilität. Das heißt der Fähigkeit eines Planeten, Leben zu unterstützen. Es hilft bei der Abschätzung der Anzahl potenziell bewohnbarer Planeten im Universum und bei der Beurteilung ihres Potenzials für die Entwicklung intelligenter Lebensformen. Mögliche zukünftige Anwendungen des Paradoxons, da das Fermi-Paradoxon nach wie vor ungelöst ist und die Astronomie sich ständig weiterentwickelt, ist es wahrscheinlich, dass es in Zukunft in anderen Bereichen der Astronomie Anwendung finden wird. Es könnte bei der Suche nach anderen Formen intelligenten Lebens, bei der Untersuchung von Phänomenen wie schwarzen Löchern und bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeit von Kollisionen mit Asteroiden eine Rolle spielen. Zusammenfassung der wichtigsten Argumente, das Fermi-Paradoxon ist nach wie vor ein wichtiges Thema in der modernen Astronomie. Es beschäftigt sich mit der Frage, warum wir noch keinen eindeutigen Beweis für die Existenz außerirdischen Lebens gefunden haben, obwohl die Wahrscheinlichkeit dafür hoch ist. Im Laufe der Geschichte wurden viele Theorien entwickelt, um dieses Paradoxon zu erklären, darunter die Theorie des technischen Hindernisses, die seltene Erde-Hypothese, die Abschreckungstheorie und andere. Das Fermi-Paradoxon bleibt daher eine große Herausforderung für die Astronomie und wird auch weiterhin von zentraler Bedeutung sein, wenn wir unsere Reise zur Erforschung des Universums fortsetzen.